Seit fast 75 Jahren entwickelt Frequentes zukunftsorientierte innovative Lösungen für Kontrollzentralen im sicherheitskritischen Umfeld. Viele dieser Lösungen werden direkt in der Firmenzentrale in Wien geplant, entwickelt und gebaut. Ein Team hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet in der modernen Elektronikfertigung in einer effizienten High-Mix-Produktion. Hier werden Leiterplatten mit Bauteilen bestückt und gelötet. Die Qualität wird anschließend automatisiert geprüft. Ein erfahrenes und laufend geschultes Team baut Module in hohe Diversität und Qualität. In der Planungsabteilung werden die projektspezifischen Systemkonfigurationen erstellt. Systemtechniker bauen die Systeme in der Integrationshalle gemäß den Kundenanforderungen auf und prüfen diese auf Basis der technischen und funktionalen Anforderungen. Nach Freigabe durch das Quality Management werden die Anlagen abgebaut und für den Versand vorbereitet. Sie sind damit bereit für den Einsatz in der Luftraumüberwachung, in Kontrollzentralen der Blaulichtorganisationen, der Bahn oder der Schifffahrt auf der ganzen Welt. Innovationen sind ein essentieller Bestandteil unserer Unternehmensstrategie, da wir auch künftig Innovationsführer in unseren Märkten bleiben wollen. In die Zukunft investieren wir mit vielfältigen New Business Development Aktivitäten wie Software-as-a-Service oder Cloud-Lösungen.